Geist Gott und damit Talia Löchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Death Pro mit dem Philipp! Wir sind ja wieder zurück, ich hab schon mal Haken gesetzt, ihr seht ja welches Deck ich einsetze. Oh, starten, Entschuldigung, hab ich ganz vergessen. Äh, und ich wähle das hier. Ach, ich gewinn einfach immer. Verdammt! Echt, letztes Mal hast du aber immer gewonnen, warte. Mach kurz die Musik an. Äh, so, okay, Entschuldigung. Ich hab's wieder leiser gedreht. Na? So, okay. Ihr habt ja gesehen, welches Deck ich einsetze. Das soll jetzt eine Revanche sein zum letzten Mal. Soweit ich mich erinnere, im letzten Duell hat der Philipp das erste Mal gewonnen und beim zweiten Mal ist ihm leider Death Pro abgestürzt. Ja, wie immer. Und das, wie immer. Aber echt, echt oft passiert. Und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, deshalb Revanche. Nee, dann hör mal, kannst du dir anders davon. Hey, wieso steht denn da Mission? Wo? Äh, was? Ja. Wo steht Mission bei dir? Wenn du die Karten anklickst, steht da auch Mission bei dir? Warte. Ich kann die gerade nicht anklicken, weil ich nicht dran bin, aber ich kann's dir gleich sagen. Okay. Und. Okay. Ich wollte eigentlich nochmal den Witz mit Other 9000 in irgendeiner Folge bringen, aber was ist denn da nicht passiert? Ja, Mission, Tatsache. Ich will's auch nicht passieren. So, ich sag da mal. Ja, ich, 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 ich will's, ich will's eben auch sagen. Ich probier's nächste Mal. ZF setzen? Achso, wahrscheinlich Zauberfalle setzen, ne? Ja, das, das ist logisch. Warte, warte. Müschen? Ach, der mischt einfach die Handkarten. Der bringt die einfach durcheinander. Okay. Ich hab gar kein Update gemacht, aber, na, keine Ahnung. Okay. Ich guck mir mal kurz die Karten an, wenn diese Karten auf, ja, das machen wir mal. Und ich wollte ja so eine lustige Story erzählen. Auf jeden Fall, wir haben so Klausur geschrieben. Also so eine Klassenarbeit. Okay. Und da ist ein Teil auf Tschechisch. Ich bin ja auf der Diener Schule, bla bla. Bli bla blu. Ja, ja, ja. Und auf jeden Fall, der, oh, war ich auch nicht. Das war ich jetzt, hast du gedrückt. Sehr schön. Und auf jeden Fall, tja, meine Lehrerin hat sich gedacht, die ist da ein bisschen eigen. Und auf jeden Fall. Ach, du heiliger. Ja. Jawohl, komm, komm. Komm, komm. Werderspies, oder sowas, sowas. Äh, werderspies, oder sowas. Ja, komm. Werderspies, oder sowas. Ja, okay. Lass ich dich mal machen. Halt. I see what you did there. Cyber Proto Drache. Ne, Proto Cyber Drache. In Klammern Cyber Drache. Wollte eigentlich eine andere Karte beschwören, aber egal. Ne, glaub ich dir nicht. Okay. Warte, ach so. Warte, warte, warte. Okay. 2.000 Kostpunkte, ja. Okay. Und auf jeden Fall, naja, wir haben so Klausur geschrieben und Entei war eben auf Tschechisch und haben wir so, und wir durften hier eine Wörterbüche benutzen, ist ja schon schlimm genug. Okay. Und das ist ja wirklich, weil, ja, das, ja, es wäre ja mir erlaubt und bla bla bla. Ja, auf jeden Fall, und wir fragen so, nach der Stunde, die andere Gruppe, weil wir so in zwei Gruppen aufgeteilt sind, und dann fragen wir, die durfte die Wörterbücher benutzen? Und dann sagen wir, die so eiskalt, ja, die hat uns selbst die Fragen, die ist halb Tschechisch, also die ist Tschechisch, die hat die Übersetzes, wäre ja nicht nötig gewesen. Es ging uns ja bloß um diesen Scheiß, dass wir dort, ähm, ja, eben, ja, wie soll ich da sagen, mal so ein bisschen wissen, was wir beantworten sollen, so, weil wir haben all die Fragen überhaupt nicht verstanden. Okay. Und auf jeden Fall, die, und dann haben wir uns gestern beschwert mit einem Brief an unseren Oberstufenberater, und da hat er gesagt, ne, ich erkläre das, und heute so kam so die D- Oh, das war eine Sitzung. Ha, 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 ha. Hier kam so die Durchsage, dass die zwei Lehrerinnen sich doch bitte im Sekretariat melden mögen. Okay. Ha, das war lustig und jeder wusste warum. Na, toll, ey. Da, da freuen, da freuen die sich bestimmt. Aber eigentlich, die, wenn es wäre ja nicht schlimm gewesen, hätten alle Capers d'Ambuch benutzen dürfen. Naja, klar. Aber, nur eine Gruppe, ich verstehe das? Ja, das ist so unfair, klar. Die ist, die ist einfach strunzdumm. Die ist so, die ist so strunzdumm. Ja, cool. Leute beleidigen. Mal gucken mal, wenn ich das aktiviere. Was hast du überhaupt aktiviert? Alter, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich bin froh, dass ich hier noch meine beiden Spielmarken habe. Die sind so süß. Ey, guck mal, das eine guckt böse, das andere... Na, okay. Komm, lassen wir das. Oh, 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 oh. Das ist nie gut. Wie Philipp sagen würde. Glaube ich zumindest. Mann, ich brauche mal die gescheiten K. Das kaffte ich auch noch an der Arsch. Nee, ich greife dich nicht an, natürlich nicht. Nö. Das sehe ich nicht an, nee. Metallreflektierender Schleim. Yeah. Das ist ja blöd. Ist echt richtig cool. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich mag die irgendwie. Dann bin ich an die Serie. Oh, Yu-Gi-Oh! Würde ich auch echt gerne mal wieder gucken. Äh, nein. Mach's einfach. Kommt immer auf ProSieben, Max. Schleichwerbung, ja. Oh, ProSieben, Max. Mit Doppel-X. Ja. Guck ich manchmal vorbei. So. Ich bin dran. Du bist dran. Guck ich normalerweise jeden Tag. Mann, jetzt. Ah, na gut, egal. Komm. Äh, nein. Ich hab schon wieder vergessen, welches Deck das sein wird. Goldener Sarko-Far. Weißt du nicht, welches mein Deck ist? Ernsthaft? Geil. Das ist immer so kompliziert. Geil, 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 geil. Also ich hab immer so... Siehst du das? Na scheiße, ich dachte, du siehst das nicht. Siehst du, welche Karte ich aus dem Spiel entfernt hab? Nein. Ah ja, dann ist ja gut. Nein. Ich doch nicht. Du doch nicht. Hm, hm. So. Oha, ich bin gespannt. Aber ich hab wenigstens noch ein paar Lebenspunkte mehr übrig. Also trotzdem. Lebenspunkte. Ein paar. Ein paar. Ja, ein paar LP, wie man sagen würde. Ich mein, jetzt. Früher waren es mal Langspiel... Also waren es mal Schallplatten. Dann waren es Lebenspunkte und heute sind es Let's Player. Die LPs. Eine Karte anketten. Nein. Ja, warte doch, kann ich machen. Nein. Äh, nein. Ja, ich würde nicht angreifen. Also, so oder so. Stimmt. Wenn du die angreifst, bist du tot. Ja, genau. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Äh... Setz mir nochmal verdeckt. Es ist schön, dass du... Bei der anderen Karte, bei der Dimensionskapsel, sieht man die, glaube ich, gar nicht. Aber, ähm... Ja, aber da bleibt die Dimensionskapsel auf dem Feld. Und da kann man halt die Karte echt zerstören. Und mit meiner Golden Sarkophag, dann krieg ich es halt so oder so. Okay. Ähm. Ehrich gesagt, lass ich das jetzt mal so. Ich hab ja sogar noch was verdeckt. Einfach nie angreifen. Ja, es ist übel, ne? Meine Verteidigung ist echt gut. Boah, ich hab das Deck echt lieb. Du willst mich doch verarschen. Ja. Äh, eigentlich machst du so nur eine dreckige Lache, wenn du irgendwas vorhast. Nein. Ja. Und, und, und. Jawohl. Ich lache immer so. Immer. 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 Äh, äh, ähm. Immer. So. Und. Du bist dran. Immer. Uh, er hat keine Götterkarte beschworen. Was, was, was ist da los? What's got. What's got. What's got. Es heißt, was geht auf bayerisch. Füge eine. Was jetzt auf bayerisch. Mach's, äh, denkste. Äh, okay. Ne, ne, das lass ich nicht zu. Doch. Das ist mir scheißegal. Ich hab Fusions-Tor. Achso. Hä, wieso? Okay. Hast du jetzt einfach aktiviert oder du siehst, oder wie? Ja. Hä? Okay. Jetzt ist ja noch eine Karte verdeckt, der Arsch. Willst du mich einig fahren? Ah, okay. Das sind jetzt fünf Spiegelkräfte. Spiegelkräfte auch noch. Die verdeckte Karte, die auf dem Ding. Hof der Gejagten. Yeah. Du bist ja, äh, du bist ja. Ein ganz harter. Ja. Warte. Diese Karte. Mhm. Mhm. Kannst du eine beliebige Anzahl. Warte. Äh. Ja, das ist schlauer. Okay. So. Kann ich die jetzt. Ne, wenn ich die in DF verlege, dann wird die zerstört, glaube ich. Aber wenn diese Karte auf Spiegelverlässt, zerstört das gewähltes Ziel. Okay. Mir fällt gerade ein, dass Obelisk ja immun gegen Zauber und Fallenkarten ist. Das, weil, das kommt dir jetzt, jetzt erst in den Sinn, oder was? Das fällt mir jetzt gerade so, fällt mir das auf. Ja, und er fällt jetzt gerade nicht auf, dass ich irgendwie angreife oder so. Nein! Alter, du bist. Oh, Gott sei Dank, ey. Warum? Achso, in Ankaufsposition. Oh. Alter, ey. Ja, okay, gut, meinetwegen. Das, äh. Ah, ich habe jetzt gedacht, das zerstört jetzt alle. Das macht den Brei jetzt auch nicht heiß. Ja, ich habe eben auch gedacht, wieso immer. Aber, Alter. Das ist die Spiegelkraft. Das wäre so durchgeschrieben. Ja, für dich. Scheiße, verdammt. Ich dachte, jetzt dachte ich kurz, jetzt wäre es vorbei. Jetzt habe ich kurz schwarz gesehen. Es ist eigentlich egal, was du angreist. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Wirklich. Ach, wirklich? Nee. La, la, la. Jetzt komm. Mach mal ran hier. Da kriege ich ja schon hier das Schwitzen. Na los. Okay, jetzt habe ich hier verdeckt. Bam. Bam, 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 bam. Da ist das stört, wenn er angegriffen ist, oder? Ja, genau. Der Endface. Ja. Dankeschön. Ist mir kack egal. Kack egal ist mir das. Oh, jetzt wirst du hart, ne? Okay, das klingt komisch, aber okay. Bitte keine Interpretation zu meinem letzten Satz. Das zerstört einfach meine Spielmarken, der Arsch. Nein. Okay. Du greifst jetzt nicht an. Sehr gut. Doch, ich bin einfach, ich bin einfach Babo schlau. Babo schlau. Das ist ein Wort. Okay, was geht jetzt ab? Okay, das andere ist auch tot. Und er ist wieder da. Das habe ich als Opfer angeboten. Ja. Friedhof als Cybertrache behandelt wird. Mhm. Weiß ich zwar noch nie, was ich machen will. Ja, Leute, ich weiß, ihr wollt, dass ich meinen ach so göttlichen Obelisk beschwöre. Aber das braucht Zeit. Ein guter Wein muss reifen. Oder Luft holen. Ach, was weiß ich. Jetzt wollte ich einen schlauen Vergleich machen. Aber ja, misch halt deine Handgarten, Alter. Ist doch okay. Ja. Ja, ja. So, so, so. Activate. Alter. Das geht jetzt schon. Oh, nee. Du willst mich doch nur mobben. Ja. Ich glaube, ich hätte Obelisk beschwören können, als ich noch die Möglichkeit hatte. Aber jetzt machst du irgendeine komische Kombi. Ich sehe es doch. Alter, ja. Nee. Nee. Trotzdem habe ich noch einen gewissen Schutz, weil du stirbst, wenn du Schädel zum Angrafen hast. Oh, Gott sei Dank. Das ist wahr. Gott sei Dank. Das ist wahr. Ja, danke schön. It's over 10,000. Ja, okay, passt. Yeah. It's over 10,000. It's over 10,000. It's over 10,000. Was denn? Du kannst nur, ach so, du kannst ja Pro. Oh, scheiße, Mann. Dein Ernst. Lass dich. Du Arschloch. Okay, ich könnte jetzt sogar noch mal ankehren. Ja, das machst du jetzt, das machst du jetzt auf jeden Fall. Verdammte Scheiße, ey. Sie wünschen? Ich geb dir gleich, Mann. Also ey, jetzt hab ich dich gedisst. Ja, das kann eben nur Monster angreifen. Ja, dann. Also, Monster Pro Spielzug. Das ist aber toll. Da freu ich mich. Soll ich das jetzt setzen? Nee. Ich muss noch warten. Na egal, einen direkten Angriff überlebe ich von... Nee, überlebe ich nicht. Du kannst ja... Ich kann dich... Wie oft kannst du angreifen? Viermal? Also, theoretisch. Da müsste ich deine... Ja, klar, aber wie oft kannst du angreifen? Wenn da Monster... Ey, immer. Wenn da Monster wären, könnte ich fünfmal angreifen. Ach so. Also, du kannst mich auch direkt nur einmal angreifen, oder wie sieht's aus? Ey, ich verstehe ja. Genau. Ach, Mann. Wenn ich jetzt irgendwas beschwöre, dann zerstörst du es ja sofort. Hm. Warte, der kann als... Das ist eine Normalbeschwörung. Hm. Nö, du würdest das sofort zerstören, wenn ich jetzt Monster hole. Verdammte Scheiße. Ah, nee. Das ist ja mir... Ich muss jetzt quasi in meinem Zug... Ich warte eigentlich nur noch auf die richtige Karte. Ich warte auf viele Dinge. Wenn ich die hätte. Boah, Alter, jetzt zieht sich das. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Okay, das machen wir. Äh, Spezialbeschwören. Aktivieren. So. Was ist denn kaputt mit dir? Nein, den möchte ich nicht anketten. Und jetzt... Beschwören. Den hier. Den hier. Den hier. Ja! Ja! So, Leute. Ich habe eben mit... Ich wusste gar nicht, dass ich die im Deck habe. Mit Seelentausch habe ich quasi sein Monster für... Also geopfert. Habe quasi meine Monster dazu. Das sind dann drei Tribute. So, jetzt mach mal hin, dass ich dich eingreifen kann. Hallo. Die Zuschauer erwarten. Oder? Ach, ich bin dran. Okay, gut. Wieso kann ich nicht angreifen? Ach, ich kann diesen Zug gar nicht angreifen. Ah, schade. Okay, Philipp, hast du noch mal ein Glück gehabt? Jetzt hatte ich... Jetzt habe ich... Ja! Ja! Jetzt hatte ich noch die Hoffnung. Ja, mission. Jetzt ist Schädel so. Mal weg. Jetzt kann ich dich kaputt machen mit meiner Geheimstrategie. Na dann, bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob du... Komm, komm, komm. Nein! Ich werde auch noch ein Monster sein. Optimale Verteidigung. Optimale Beckenhöhe. Das kann ich jetzt beschwören. Deine Mutter. Ne, das will ich nicht. Ne. Ne. Ich habe mal ein bisschen sicher. Doch. Nicht mehr... Doch. Nicht mehr lange. Doch. Äh, so. Ach, damit kann ich mir richtig viele Lebenspunkte generieren. Nice. Ah, was kann ich machen? Verdammte Scheiße. Ah, man, 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 man. Ah, ich kann ja... Aktivieren. Hä? Soll ich nicht aktivieren können? Ich habe doch gar keine mit zwei Mots... Äh, ist doch fail. Hä? Ich kann ja den Effekt von ihm aktivieren. Soll ich dann... Ich habe doch gar kein zwei Monster. Egal. Battle Face. Angriff. Gottliche... Nein. Gottliches Monster. Auf jeden Fall göttliches Monster. Und du bist dran. Ich bin am Zug. Ja, Leute, ich frage mich gerade auch, wie er mit 2000 Lebenspunkten... So lange überleben. Ja, das ist irgendwie ganz fertig. Aber okay. Alter. Machst du einfach. Lass es drauf ankommen, du Arschloch. Alter. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ja. Nein. Oh, Gott sei Dank, ey. Ja. Du wickst. Das Geile ist, dass du den nächsten Zug sogar noch überlebst. Mal mit 100 Lebenspunkten. Ah, du Heilige. Warte. Mein genialer Plan. So. Verlichtet. Was? Ich will überleben. Du kannst dann anderes auf das Motivieren, dass du kontrollierst und erlebt sind. So. Dann aktivieren wir... Yeah. Die Besionskapsel. Das bringt das. Auch wenn du sterben wirst. Was? Also du hältst mich noch zwei Runden. Nein, nein. Ich will meine Revanche jetzt, Mann. Das kannst du mir nicht nehmen. Wieso kann ich den ja eigentlich nicht aktivieren? Egal. Äh. So. Die Gewalteladung Power. Das ist unfair. Sag schon mal Tschüss. Ich war kurz davor. Du hast ihn echt fast kaputt gemacht. Du Arschloch. Ich war so. Yeah. Du Wichser. Du Arschloch. So. Noch ein paar letzte Worte. Du bist ein mieser Wichser. Hättest du die Karte nie aktiviert. Ja. Das war jetzt echt übel. Also ich hatte echt auch Glück. Muss man dazu sagen. Ja. Würde ich sagen. Nur Glück hast du. Nur Glück. Würde ich sagen. Was ist das mit dem Duell? Wir. Also. Philipp. Letzte Worte. Nein. Nein. Anständige Worte. Da kann ich jetzt nicht. Jetzt würdest du mich sonst beleidigen werden. Ja genau. Würde ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Duell. War wieder ein recht cooles Duell. Würde ich sagen. Also war eigentlich doch noch recht spannend. Ja genau. Und ja. Würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches. Tschüssi.